Mein Name ist Anne Christiansen. Ich komme aus Schweden und ich lebe in Hamburg. Und ich arbeite seit 18 Jahren mit NIA und unterrichte NIA leidenschaftlich. Und ich unterrichte auch die NIA White Belt Intensive. Das ist eine Woche lang eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Körper in Kontakt zu treten. Get ready, keep in, double time. Was da alles so gibt? Gleichzeitig. Hey, 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 ha ha, ha ha, ha ha. Wir vom Studio G-Malegro bieten seit 2010 regelmäßig NIA Ausbildungen an, mit der renommierten Anne Christiansen. NIA ist Freiheit. NIA ist Medizin. Es ist Schokolade für den Körper. Und ohne NIA gibt es keine Sternen am Himmel. NIA ist im Körper angekommen. NIA ist im Leben angekommen. NIA ist einfach sich selber zu sein. Ich liebe NIA. Es ist all my life. NIA. NIA ist mein Leben. Wir vom Studio G-Malegro bieten. Nein, meine beiden gleichzeitig. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. NIA ist ein Thema in der NIA. Die NIA-Ausbildungswochen steht jedem offen. Keine Vorkenntnisse sind erforderlich. Ich biete die Ausbildungswochen an, mehrmals im Jahr, überall auf der Welt und alle diese Informationen gibt es auf meiner Webseite www.anyan.de und ich komme auch in die Schweiz mindestens zweimal pro Jahr und gebe hier auch Ausbildungswochen.